Alter, jetzt haut mit seinem MP3-Player ab. Ach, MP3-Player. Walkman, ne? Walkman, ja. I'm Walkman on Sunshine. Wow. Ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme ausgegangen ist, weil mir aus irgendeinem Grund Dings wieder nicht Bescheid sagt, wann die ausgeht. Ja, bei mir leuchtet. Nein, du hast die Plattform auch gar nicht hingestellt. Welche Plattform? Ja, ich hab grad technische Probleme in meinem Rechner so gesehen. Ja, wir brauchen nicht Lockholder oder wie die Linger heißen. Nein, diesen Locks Slat. Oder so. Weil dann kannst du nicht die ganze Zeit fällen, wie blöde. Aber warum war zwei von? Weil dann kannst du fällen, wie blöde. Weißt du, und musst nicht wegen jeder Scheiße, dass man... Die machen schon ziemlich viele Dinge machen. Ja. Vorher sind sie durch die Map geflogen. Ich mach' mir die Welt, so wie sie mir gefällt. Spür vor, kann ich wieder mehr. Ah ne, wer war das nochmal? Äh, weißt du, wer das war? Keine Ahnung, wie alt er ist. Hä? Ich weiß nicht, wie alt er ist. Keine Ahnung. Du weißt aber, wie ich mein, ne? Ja, ja, ja. Die Politikerin damals da. Ich mach' mir die Welt, wie sie, wie sie, wie sie, wie sie mir gefällt. Voll für Kuh und Schiefe, ey. Ja. So, schmeiß' mal hier um den Boden. Warum soll ich die Plattform eigentlich immer machen? Äh, weil ich nicht genau weiß, wie du die haben willst. Ich will die zum Boot einfach nur machen. Oder meinst du jetzt mit der Linienführung? Äh, ja, ja, mit der Linienführung. Hä? Okay, liegen ganz schön viele Stämme rum. Ich schmeiß' immer die anderen noch hin. Wartest du jetzt richtig? Ne, das war nicht richtig. So, Leute, ich brauch' eben ne halbe Stunde, bis ich mal ne Flapfen... Äh, Flapform. Flapform. Flatform. Flatoutform. Hm. Äh, ich hol mir erst mal Ausdauer wieder. Ist da grad ne Möh... Ja, da ist grad ne Möhre verbrannt. Ja, und da kommt die Scheiße. Danke, Flo. Wartöhn. Ja, Holz. Ja, ja, ich hab' dann Frau Bäume da mitgebracht. Das ist gut. So, wir kommen in der nächsten Folge. Wir sind kurz was abgeschmiert, aber wir haben uns einfach hängen gesetzt, mir nicht einfach. Na, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich Paffmast hatte vorhin. Deswegen ist aber mein... Deswegen sind meine anderen Horrorspiele meistens immer nur 10... Minuten lang die Folgen, weil ich da nämlich genau weiß, ob weit ich mich da einlase. Alter, Riesenmücke fliegt hier rum. Hey! Ey, Aua! So. Fertisch, die Gäste. Und jetzt gehen wir mit einem Wald rein. Ey, warum bauen wir denn für die neuen Logs? Bist du doof oder was? Alter! Der wirft die mal auf den Boden, der hat keinen Bock mehr, der Typ. Dem Ralf, dem reicht's. Ralf Reif. Was ist denn denn Ralf? Wie nennt's denn dein? Ralf Reif. Carlos. So. Ähm. Ja, könnte ich machen. So, ich brauche noch 8 Sticky. Aber hier steht da eigentlich da unten, was wir alles nur brauchen. 14 Stickys brauchen wir. Soll ich mich um die Stickys mal eben kümmern? Du kannst machen. So für Fackeln und so für die Lampen. Ja, für die Lampen. Ja, ist doch ein Prinzip. Lampen. Ich weiß was, was du mit dem Busch meint. Da war das bei mir auch gerade. Was? Mit dem Busch, dass er sich was bewegt hat, einfach. Ja, ich hab nicht gedacht, da steht grad einer drinnen. Ja, wir waren. Alter, was war denn da? Nichts, irgendwas, alter Geraschen, kann auch nicht mehr. Das bin ich jetzt der hier rumrascheln, ne? Ne, 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 eben. Oh, der Zoom. Du bist auch ein Busch und da hab ich noch eine Plattform gerade für. Das hab ich noch nicht gemacht. Gesundheit. Dankeschön. Entschuldigung, meine lieben Zuschauer, ihr habt nicht leider nicht so ein mega-mikro. Mega-mikro. Äh, Lachs. Wenn ich niesen, muss ich niesen, Leute. Jo. Das geht leider nicht anders. Boah, aber der hat gezwiebeln, du. So, dann mach ich mal wie ein gestörter da nicht an. Was? Nein, du, boah, du bist so bescheuert, ey. Toll, jetzt hab ich einen Kluft im Prinzip, äh, gedingst. Ast rein. Hey, Flo, guck mal. Oh, Party, Party in Mambazia. Scheiße, ey. Mopsi, Mabuse, ey. Da wird nicht gleich, äh... Boah, roh, hotter hü. So, was ist das denn hier? Resenbaumstimme, cool. Schuhe, gleich von Unterkalt, geiler Baumstimme, ey. Ey, man stetscht, wie stetscht, wie stetscht. Ja, da hat er gehört. Ja. Alter, ohne Witz in Anfang von Aufnahmen, was du dich echt anwürdigst, wie, weiß ich nicht, äh... Fertig, mit dabei geht's ja. Ne, ne, einen Stein fehlt, nur einen Stein fehlt. Habe ich auch nicht, scheiße. Ach, ist super schnell. Wir brauchen mal neue, hier, äh... Ein Schildkröte. Scheiße. Jetzt wollen wir uns auf die Schildkröte draufschmeißen. Ey, ist ja egal, ob das krumm und schief ist, ne, wenn man ein paar Mal springen muss. Ich sag mal so, dann kommt die Reihung auch nicht besser dran. Ja. Die gehen lieber durchs Wasser. Ach ja. Hä, wieso denn jetzt zehn? Alter, das wird immer mehr. Ich hab keine Ahnung. Das ist echt scheiße. Hä? Ach so. Boom. Jetzt geht, kaputt, Koffer. Danke. So, ich kümmere mich mal eben kurz ums Essen. Ein Schildkröte. Hä? Hä? Survival? Hä? Survival? Na geht doch. Ey, wir brauchen ein bisschen mehr Fleisch, ne? Oh, enger. Ja, ja, ich geh gar nicht mehr. Ja, ich geh gar nicht mehr. Ja, ich geh gar nicht mehr. Ach, ich muss deine Hand nehmen, mich trocken. Ohne wir das Schildkröten sind, das Ernährungsmittel, das ist ja auch. Das ist der Wahnsinn. Die geben so viel, ne? So, ein paar Bars. Lecker, lecker. Candybars. Ach, ich hab Durst und Hunger. Ja, aber gemerkt, Alter. Zwei Koffer gleichzeitig, zwei Koffer gleichzeitig aufgemacht. Boah, Heißkoche. Jetzt hat ich gerade übrigens auf, dass ich die ganze Zeit mal Feuerzeugen anhab. Während wir Tag haben. Danke. Boah, ähm. Du bist nicht der Einzige. So, um euch mal ein Pfälzeig aus. Ach, warte mal, Sticks, 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 Sticks. Fischies, aber die krieg ich nicht hier mit, oder? Ich weiß ja, wo viele, die ganze Stick will. Sticks will, mein Gott. Deutsch. Schwere Sprache. Alter, hier sind so viele Fische gerade. Wo? Hier, bei mir. Nein, das ist es ja. Ah, die Katze, glaub ich, nicht ohne Speer. Nee, nee, krieg ich auch nicht, leider. Fuck. Das ist echt scheiße. Boah, ohne Witz, ich baum mir jetzt einen Lockslet. Okay. Ich mach mir jetzt einen. Weil der ist echt beschissen. Mit dem Ding bist du echt tausendmal schneller. Jaja. So, wie viel brauch ich? Alter, das ist Wasserfall. Da wusste ich gar nicht. Was? Wasserfeuer? Wasserfall. Wasserfall? Ja, die sind neu reingekommen, meines sogar. Früher hab ich sie nicht gesehen, sag mal mal so. Früher waren sie auch nicht da. Ich sag mal, mit früher, weißt du, wie wir mich meinen, ne? Ja, ja. Ja, wir gucken den. Dann darf er ja mal einen YouTuber gucken. Gefällt ja so vielen Leuten nicht. Wenn man an einen YouTuber guckt. Ich hab schon wieder keine Energie mehr. Ich werd wahnsinnig. Oh, ja, und ich freude. Das ist ein Stein jetzt weg, ja. Feierabend. Gibt kein Stein. Hallo, der große Stein. Der kniet sich in alle treien. Kankeri-Mose-Eri. Hinter mir hat was geknistert. Das hat sie interessant angehört. Das war das Schönes. Wir sind am Ritualbäumchen. Wo bist du? Am Ritualbäumchen. Da hinten, der wo? Ach, da hinten. Ja, ich seh dich. So, was hat er denn? So, aber jetzt nicht. Das ist anscheinend nichts. Schönes Bäumchen. Didi, 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 didi. Warum hab ich das jetzt im Kopf? Ich hab das schon wieder von Top-G im Kopf. Wo Richard ein Ding auf Folgen, die Wand fährt. Ich hab die Idee, das hörst du bestimmt mit. Naja, zumindest wenn du zum Boot gehst. Ich dachte, der wär jetzt ein Heim, also. Hi, hi, up the tail. Kiss me on the super sky. Ah, da ist ja der Zelt, da müsste eine Taucherausrüstung sein eigentlich. Ja, da müsste eine Taucherausrüstung sein. Das ist jetzt eine Animatronik. Habt du gar nichts gemacht? Nice. Was hast du? Drei Leute. Drei Stooges, die auch. Ich hab stinke Füße in meinem Inventar. Runter hier von meinem Boot. Alter, wenn du die Füße in den Boden reingestellst. Warum können da nicht irgendwelche Pfoten sein? Aber die sollen bitte nicht abgehackt sein. Ja, ich fang schon wieder an. Ich hab einen Topf. Sag mir bitte, dass das meine Lieblingskassette ist. Sag mir bitte, dass das ist. Mike, die kommen übrigens alle gerade nebenbei zu dir. Ja, die sind alle im Anmarsch. Ja, das ist meine Lieblingskassette. Oh yeah. Komm mal an, ey Jesus. Heute, 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 und ich. Lass es, ich lasse es einfach nicht. Mach mir Angst. So, da bin ich wieder. Ja, diesmal hab ich auch gepostet. Glaube ich. Alter, jetzt haut mir deinen MP3-Player ab. Ach, MP3-Player. Walkman, ne? Walkman, ja. I'm Walkman on Sunshine. Wo? Hä? 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 Achso. Hä? Ich... Ich... Hallo? Ich drücke doch. Ey, warte mal. Jetzt hau mit deinem scheiß Walkman ab, Mann. Alter. Jetzt geht der Walkman an. Lenk mich. Jetzt hab ich den Walkman weggesteckt und der läuft weiter. Leute, ich weiß nicht, was da kommt. Du bist mit dem Teil. Ich brauche Hilfe. Okay. Hallo? Ihr gerät alles aus der Kontrolle. Was machst denn du? Der Typ spielt mit Vögeln. Was für ein Typ? Hallo? Alter! Mein Spiel rastet ab. Ich hab hier drei tausende Fische und ich kann sie nicht benutzen. Na, frag mich mal. Äh, boah, benutzt Fische? Ja, zum Essen. Jetzt darf ich mir erstmal ne Soda reinpfeifen. Du weißt aber, dass wir hier Wasser haben, ne? Alter, geiler Effekt. Und PAM! Geiler Split-Second-Effekt. Und wieder. So, klingt dann in Split-Second immer, wenn ne Bombe losgegangen ist. Dann wird die Musik auch immer so. Voll geil. Voll schön. Voll geil. Hä, das ging jetzt. Was ist denn da für ne Logik? Okay. Also ne. In... Winter. Na, danke fürs Musikausgehen. Hallo? Ja, das hab ich manchmal auch. Da. Mach, mach. Ja, es geht. Cool. Jetzt haben wir im Lager Mucke. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich hab das Ding einfach hingelegt. Okay. Aber nimm ihn mir nicht weg. Das ist mein Walkman. Das macht er eh wieder. Ich kann keine Mucke... Ach, kann keine Medizin... Danke jetzt, hab ich Mucke gesagt. Ich kann keine Medizin mehr mitnehmen. Was? Du bist voll mit Medizin? Ich hab gar nichts. Da musst du hier zu den Containern kommen. Hier liegt extrem viel. Hier, da hinten liegen Container? Ich bin hier ganz weit weg, man, von an den Containern. Also einfach am Strand entlang laufen. Warte, bitte, warte, bitte, warte, bitte. Ich muss Sticks einsammeln. Ich muss doch hier alles fertig machen, Mann. Ich hab doch gesagt, ich will das... Wie, Essen? Bist du doof, oder was? Du sollst dich fressen? Du frisst die ganze Zeit. So, jetzt hab ich Sticks gemacht. Ich hab das Gefühl, ich bin gerade an einem Ureinwohner vorbeigelaufen. Ganz dummes Gefühl, hab ich... Ich weiß nicht, ob es wirklich so war. Wenn wir fliegen Kisten umher, super. Ich hoffe, das stört euch nicht so, Leute. Also, wenn euch das stört, mein Problem. Ja, in der Hau. Yeah. Was laber ich da? Äh, ich nehm mal mein Walkman. Okay. Jetzt hält er die Klappe. So. Latschen wir mal weiter. Oh, ich sollte mal noch... Nein, nicht unter Wasser Hänger haben. Nicht unter Wasser Hänger. Alter. Jetzt muss ich mal kurz laut werden. Entschuldigung. Jaja, weil du sonst so trinkt... Ja, ich werde jetzt echt ertrunken. Jaja, weiß ich. Ich weiß nicht, was ich da lache. Ich aber nicht mehr. Kann man dann nicht hier drücken. Scheiße. So. Ich bin unter Wasser... Ich bin unter Boot gefallen, Alter. Ich bin unter Boot gefallen. Ich sehe nichts mehr. Alter. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja. Ich habe gerade echt ein Problem, Mann. Ja. Ich bin einfach ins Wasser gefallen und sehe nicht mehr, wo ich bin. Das ist schlecht. Das ist voll scheiße. Und ich bin voll mit Pfeilen. Naja, anscheinend doch nicht. Ich bin der Erste, der gleich stirbt. Und mir ist kalt. Und ich bin müde. Frag mich mal. Jetzt geht wieder die Techno-Moke los. Jetzt bin ich verarschen. Ich bin der Erste, der muss noch freuen. Also schnell essen und ausruhen. Ich mache mir dann kurz eine Pause. Und ich bin der Erste, der gerade macht mir dazu. Mal sehen.